Musik Hallo und herzlich willkommen bei einem Walzenvideo von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard und ich bin tief unglücklich. Wieso bin ich tief unglücklich? Weil es eine Nachricht gibt auf PC Gamer, die ich euch erst jetzt verlinke, weil, naja, vorher hatten wir einfach andere Videos, die wir draus buschen mussten. Die genaue Informationen zu Doom 4 enthält, beziehungsweise zu der Entwicklungsphase von Doom 4. Der Artikel ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Oh man, falls wir irgendwas, auch nur irgendwas aus den letzten, ich sag mal, 10 Jahren gelernt haben sollten, was PC-Spielentwicklung angeht, dann ist das das Titel wie Duke Nukem Forever oder Final Fantasy Versus 13 oder 13 Versus oder wie auch immer es heißt. Seit etlichen Jahren in der Entwicklung stecken, beziehungsweise steckten im Fall von Duke Nukem Forever und das immer während des Verschieben und Verzögern und Nachbessern und Nachpolieren oder das komplette Rausreißen der Engine, was eigentlich das Herz ist und ein komplettes Ersetzen von irgendeinem neuen Projekt, was einfach unentgepasst ist an das aktuelle Projekt und das versuchen, das alles in eine Art Frankenstein-Projekt zu zwingen, niemals gut funktioniert. So ziemlich niemals. Und was sagen die bei Doom 4? Ja, wir hatten eine anfängliche Version, die hat auch, ähm, ja, die hat funktioniert. Das heißt, man kann es übersetzen als, die war voller Bugs und die hat die nicht wirklich, äh, geflasht, sag ich mal. Und wir waren damit unzufrieden und haben einfach alles neu gemacht. Mwahaha. Duke Nukem Forever. Duke Nukem Forever. Falls irgendwer nicht weiß, wieso ich so sauer drauf bin, ist, weil ich ein riesiger Fan von Spielen bin wie Doom und Duke Nukem. Wieso? Weil es nicht diese ganze... Tut mir leid jetzt für die harten Worte. Bekloppte Scheiße ist, was wir mittlerweile in Ego-Shootern haben nach dem Motto Yo, ich hab unendlich Leben, ich bekomme einen Sniper-Schuss in meinen Kopf, aber wenn ich nur lang genug aus dem Schussfeld wegbleibe, dann regeneriert sich meine HP auf magisch Art und weiß wieder auf voll. Hehehehe, ja, natürlich. Ich blute nur ein bisschen aus den Augen und dann passt das auch schon wieder. Mein Bildschirm wird rot, es flackert überall ab, wozu sieht man Risse, aber falls ich mich lang genug verstecke, dann bleibt diese klaffende Wunde, die mitten in meinem Kopf oder in meinem Brustkorb ist, aus der eigentlich schon mein Herz rausspringen könnte, die verschließe ich einfach. Haha, wenn sie konnten, das... Das funktioniert doch so, ne? Wir sind doch ein realistischer Shooter, ne? Ja, realistisch, realistisch, ja. In diesem Sinne also, was habe ich an den Spielen geliebt, dass sie geil waren? Sie waren open wie sonst was. Sie waren so offen wie ein Schweizer Käse. Man konnte alles machen, überall hingehen. Es gab Secrets, es gab Geheimnisse. Deswegen habe ich eigentlich auch nicht allzu viel gegen Doom 3 gehabt, dass es jetzt neu released wurde, die BFG Edition. Ja, natürlich war es nicht mehr on top. Natürlich hält es nicht mehr in der heutigen Zeit an. Aber das Spiel an sich war geil und das Gameplay ist immer noch gut. Genauso war ich so sehr gespannt auf Doom 4. Oder ich bin immer noch gespannt auf Doom 4. Ich war auch ultra gespannt auf Duke Nukem Forever. Denn diese Spiele sollten eigentlich genau das sein, was ich damals immer gemacht habe. Nicht dieses ewige, ja, mein Herz springt mir gleich aus dem Brustkorb, weil da ein 52-Kaliber-Schuss drin steckt. Aber hey, ich verstecke mich nur kurz hinter einer Barrikade. Ist alles wieder okay. Sondern, hey, ich bin tot. Ich habe nur noch einen HP-Punkt. Der nächste Gegner, der mich anpustet, egal wie lange ich mich hinter der Barrikade verstecke, bringt mich um. Fuck. Ich muss nächstes Mal besser aufpassen. Es gab eine Art Challenge, diese Spiele auf Schwer oder auf Hart oder auf Hölle oder was auch immer die höchsten Schwierigkeitskarte waren, durchzuspielen, weil man dabei wirklich tatsächlich Skill brauchte. Und nicht einfach nur wie bei jeder Call of Duty-Mission, die man einfach nur auf Schwer durchspielt, indem man 4 Stunden Zeit sich nimmt und nach jedem Gegner einfach mal kurz sich hinhockt und wieder regeneriert. Und was machen die? Was machen die? Die ersetzt die komplette Engine. Habt ihr nichts aus Duke Nukem gelehrt? Wirklich? Wirklich? Meine Fresse. Und jetzt sagen die doch das Allergeilste, nachdem die schon vor ein paar Jahren mehr oder weniger bereit waren, die ersten wirklichen Screenshots und die ersten, vielleicht nicht Trailer, aber so Development-Blogs zu starten und so weiter, sagen die jetzt, okay, gut, wir haben komplett nur angefangen. Doom 4 ist in der Mache. Und sobald wir bereit sind, darüber zu reden, werden wir es tun. Wir werden euch informieren, wir lassen es euch wissen. Ja, ähm, ja. Schade. Sehr, 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 sehr schade. Denn das Spiel kann jetzt eigentlich laut Erfahrung nie wieder gut werden. Denn wenn man einmal angefangen hat, an etwas zu werkeln, dann behält man es, falls es funktioniert hat. Das heißt, angenommen, die haben irgendein Level, das die mögen, das funktioniert hat, dann möchten die das auch behalten. Wenn die jetzt aber komplett nicht unbedingt, vielleicht nicht unbedingt die Engine, die haben ja nicht gesagt, was genau falsch ist, aber die wollen es komplett von neu aufziehen, dann werden sie neue Ideen implementieren oder halt eine neue Engine oder was auch immer. Aber dann werden die zwischendurch merken, oh, das Level von damals, das hat doch funktioniert. Benutzen wir es doch wieder. Schade einfach. Wirklich sehr, 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 sehr schade. Bethesda, wirklich geiles Studio, sehr geile Games gemacht, aber meine Fresse mit Doom 4 machen die sich echt gern gefallen. Ich bin extrem traurig und ich sehe eigentlich keinerlei Chance mehr für diese geniale IP, auch nur irgendwie wieder, naja, ich sag mal, Fuß zu fassen. Zumindest nicht mit dem vierten Titel, ich sehe da eigentlich gar keine Chance. Was denkt ihr? Denkt ihr, das wird genauso ein Fail wie Final Fantasy Versus 13 oder 13 Versus oder gegen 13? Wie auch immer dieses Dreckspiel heißt, der seit Ewigkeiten in der Entwicklungshölle ist, oder denkt ihr, dass das eigentlich voll okay wird? Wird es ein Duke Nukem oder wird es einfach ein Masterpiece? Das ist die Frage, die ich euch stelle. Ich persönlich tendiere eher zu dem Duke Nukem, denn deren Interruption wäre eigentlich gegen sämtliche Formen von Realität. Und wenn man das eintrifft, müsste ich mir ernsthafte Gedanken machen, das Schweine anfangen zu fliegen. Bei fliegender Speck, das wär's doch mal. Ich muss kurz ins Biolabor. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.